Am 9. und 10. Mai, jeweils zwischen 10 und 16 Uhr, heißen die Spanner-Arkanen, die Job-Points, Job-Suchende und alle, die sich im Arbeitsmarkt umorientieren möchten, herzlich willkommen. Die zweitägige berlinweite Jobmesse Job-a-Job in den Spanner-Arkanen ermöglicht den direkten Kontakt zu vielen Berliner Unternehmen und bietet berufliche Ein- und Umstiegschancen. Auch in einer immer digitaler werdenden Welt ist der persönliche Kontakt zum potenziellen Arbeitgeber essentiell, sagte Volker Ahlefeld, der Center-Manager der Spanner-Arkanen. Wir stellen diesen Kontakt zwischen Arbeitgeber und Job-Suchenden in einer informativen und ungezwungenen Atmosphäre her.